Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Benjubi und City Skylines. Wie ihr im Hintergrund beobachten könnt, haben wir ein riesengroßes Problem. Und zwar, wir haben ziemlich viele alte, wenn wir hier draufklicken, ein Verstabener muss transportiert werden. Das gleiche hier, ein Verstabener muss transportiert werden. Und das zieht sich hier quer durch unsere Großstadt durch. Dass hier wir sehr viele Totenköpfe haben. Sollte so lange kein Problem sein, solange die Geburtenrate höher ist, wie die, die uns verstarben hier. Nichtsdestotrotz müssen wir immer ein bisschen auf unsere Bilanz schauen. Wir bewegen uns auf die 76.000er Marke zu, die wir ebenfalls gerade geknackt haben. Sehr schön. Also die City, muss ich sagen, die gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut. Was wir jetzt brauchen, ist wieder ein bisschen mehr Wasser. Machen wir mal zwei weitere hin. Verbinden auch diese. Einmal, zweimal. Jetzt sollte die Wasserverfügbarkeit wieder nach oben gehen. Geht sie auch, sehr schön. Müllverbrennungsstatus. Naja. Scheint nicht so gut auszusehen. Deshalb sollten wir da ebenfalls noch ein bisschen investieren. So, sieht auch gut aus. Genial. So. Also, unsere Wirtschaft, die boomt auf alle Fälle. Da die Bilanz sehr im positiven Bereich ist. Aber aktuell, wir hier beschäftigt sind mit einer großen Epidemie. Hier jetzt weniger, klar. Das sind lauter junge Sims. Oder sagt man hier Sims? City Skylines Einwohner. Und, ja, von den Großstädten, da gibt es schon eher diese Probleme. Da sollten wir auf alle Fälle ein Auge drauf haben. Okay, wir schauen, wo brauchen wir Strom. Wo ist ein untersprochenes Stromnetz? Okay. So, wird abgerissen. Sehr schön. Das passt ganz gut. So, wenn gerade Gewerbegebiete benötigt werden, dann versuchen wir jetzt hier so langsam rüber zu kommen. So, das machen wir auch, indem wir jetzt langsam und Stück für Stück hier nach oben bauen. Hier werden schöne Wohnsiedlungen praktisch. Und auch dann hier im Center will ich eigentlich Bürogebäude haben. So, sehr schön. Gut. Wir schauen auf unser Budget. Ja, die Busse könnten wir ein bisschen kräftiger auslasten. Mit 130 Prozent. Jedenfalls würde ich das ein bisschen mehr auslasten wollen. Mit 120 Prozent, weil, ja, wie gesagt, unsere Stadt wächst und wächst und wächst. Und da müssen wir auf alles vorbereitet sein. Jetzt schauen wir zunächst einmal, wie sich das Ganze verhält in unserer Bilanz. Ja, die wandert jetzt kräftig nach unten. Hier könnten wir auch noch ein bisschen nach oben gehen, um weiter unsere Industrie anzukurbeln mit Produkten. So, das sollte aber jetzt zunächst einmal reichen. Okay, wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze verhält mit den zusätzlich freigemachten Ressourcen im Bereich des Budgets. Hier wird auch schon fleißig bezogen. Das hier ebenfalls. Und wir könnten noch zusätzliche Wohnsiedlungen bauen. So. Ein bisschen hinzoomen. Gefälle zu stellen. Ja, da liegt es die nieder. Ja, machen wir das einfach so. Wenn dir das Gefälle zu steil ist, noch eins rüber. Ah, wieder das Gefälle zu steil. Okay, schon. Ich möchte doch einfach nur noch ein paar kleine Wohnsiedlungen hinknallen. Das mache ich auch. Da kenne ich gar nichts. So. Alles klar. So. Das hier noch schön verbinden. Jetzt hier gleich schauen, damit wir hier kein Problem bekommen mit dem Strom. Und da machen wir jetzt ebenfalls viele kleine Wohnsiedlungen hin, um die Geburtenrate weiter nach oben zu bekommen. So. So. Okay. Und den Rest machen wir voll mit Gewerbegebieten. Sehr nice. Wie sieht es aus mit der Geburtenrate? 500. Ja, also wunderbar, kann man da nur sagen. Da wird dementsprechend bald großer Wohnraum benötigt. Und den haben wir ja hier schon mehr oder weniger zur Verfügung gestellt. Okay. 80.000. 80.000 haben wir jetzt in der Stadt. 81.000. Also das Ganze explodiert jetzt nach oben. Und. Und. Jo. Entscheinen werden. Wohnhäuser dann bald wieder sehr viele benötigt. Ähm. Hier könnte ich mir noch vorstellen. Ebenfalls. Das noch mit kleinen Wohnsiedlungen voll zu machen. Und schauen wir, wie wir das, äh, schön hinbekommen. Okay. Perfekt. Verbinden das Ganze ein bisschen. So. Machen wir hier ebenfalls. Schnupp. Schnupp. Also. Bis zum nächsten Video Start lasse ich das Ganze ein bisschen vorlaufen im mega schnellen Modus. Ähm. Damit wir hier auch wieder, äh, anständige Balken bekommen. Das ist jetzt ja alles im Überfluss auf alle Fälle hier und vorhanden. Ähm. Nichtsdestotrotz lasse ich das, äh, neben dem Video einfach ein bisschen hochlaufen. Oder nebenherlaufen. Und genau beobachten dann das Ganze. Eine Oberschule machen wir ebenfalls noch hin. Können wir sehr gut gebrauchen. Bürger mit Abschluss 82%. Okay. Das Ganze passt auf jeden Fall so. Wenn euch die Folge gefallen hat, so. Lass mir ein Abo da. Schreibt mir ein Feedback in die Kommentare. Und mich würde es freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid bei City Skylines. Ciao. Euer Benchubi.